grüßt euch so wir haben uns mal gucken also ich habe gestern im dunklen nicht mehr viel gesehen bei dem hühner aber es sah nicht so aus mal sehen genau ja, knallen mir erstmal die Dürre vor den Köpfe liegen alle noch da oder? ja das ist mir nicht so wie Gold ich brauche Eier ich tue jetzt bloß immer wieder die zurück bringen wo die befruchtet sind alle anderen bleiben die kommen ja irgendwo hier ach ne die kommen ja nicht mehr raus ich habe sie eingesperrt wie bist denn du hier rausgekommen? kannst du mir das erklären? dann prüfen wir halt die Eier wieder die prüfen wir nie das sind alte so die werden geprüft und dann ausschlecken ist das Ding an? ne jetzt da ist eins da ist eins ja so ist das eine so ist das Ding doch nie ausmachen so ist das so ist das so ist das so ist das eine so ist das eine so ist das eine so ist das eine und jetzt ach das ist voll deswegen Vielen Dank. So, die drei bringen wir zurück und die anderen nehmen wir mit. So, die drei bringen wir zurück. 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 Eine Kiste können wir noch machen. Dann sind die wieder so gut wie leer. Da sind die letzte, ne, jetzt ist es noch. Da sind noch ähnlich Eier drin. Sind sogar noch ein paar übrig. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 anzuschalten. Ich muss eh mal drücken, wenn du es weh mal. Dass die Wurstpresse losläuft. Vielleicht reicht es noch für die sieben Hühnchen. Mal gucken. Ich eier jetzt hier nur übrig bleiben. Haben wir noch? Zwei. Oh, schlimm. Es sind genau sieben, die übrig bleiben. Das wär natürlich geil. Das waren genau sieben Eier. Und das Schlimmste waren sieben Hühnchen. In der Kiste, oder? Oder sieben Stück? Das ist ein Stück. Bis Linda, dann hatte ich nicht mehr Sp08 mal eben doch mal gehen die melken wäre das auch nicht so schlimm weil ich müsste eigentlich noch mal wegen ödlich von falsche taste wir haben es auch 12 uhr und dann schaffen das alles nur ohne probleme so gut haben wir das ja ja meckern hier rum hier genau sieben stück wo habe ich nie gleich die eier mitgenommen wie ist keiner kann mir wieder keiner verreuten warum geben wir die sieben eier machen wir das nämlich noch schnell so Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Sehr schön. Das war's für heute. 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 Könntest du jetzt mal? Das war's für heute. 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 Könntest du mal? Danke. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Weil die sich kaum bewegt. Weil die eigentlich nur dort rumliegt. Irgendwo hier. Das ist in Ordnung. Das ist schlimm. Gebeeren. So, die Acht. Oh, wie doch die ist. Im Gegensatz zu den Anderen. Die habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Achtung. Schau mal, die Neue ist noch hier hinten irgendwo. Ich denke mal, es wird dieser Zeit, die das auch noch weit lang läuft. Nein, die ist es. Ah, okay. Guck mal hin. Ich habe noch nicht den ganzen Tag Zeit für sowas. Guck mal hin. Guck mal hin. Ich darf es gehen. Ich darf es gehen. So. Ach, so bist du ja. Perfekt. Gut. So. Ach, wen haben wir denn hier? Du gehörst aber nie hier rein. Du gehörst hier leider nie rein. Du gehörst hier leider nie rein. Bestimmt nicht die Leute, ne? Kommen wir hier ein bisschen in die Mitte. Ja, und hier an so einem Napp. Einigrotten im Ding gleiche dran. Guck mal hier schnell in die Mitte. Boah. Könntest du mal weggehen, du kleines Vieh? Meine Güte. So. Wo ist die zwei? Ruhigt euch. Alles gut. Ihr seid nie dran. Ah ja, sind wir hier. Mitkommen. Guck mal. Guck mal. Guck mal, wo wir hier die drei finden. Die elf. Acht. Sieben. Oh. Auch einer ohne Namen. Ah ja, ist die drei. Guck mal. Guck mal. Noch eine. Oh. Ach. Das ist doch perfekt. So muss es sein, dass die schon immer alle zu mir kommen, die ich so brauche. War das gerade die 5? Hab ich es richtig gesehen? Nein, die 8. Schade. 10, 11, 8, 5. 14, 2, wer bist du? 9. Hier ist die 5. Ist es mit dir? Du lebst noch. Gut, dann stehe aber irre auf und mache was. Willst du dich bloß nicht zum Bock raus? Ja, ja, was weibliches. Ich habe hier einen Bockhammer und der macht seine Arbeit. Ich brauche keine Zwehe. Der wird mich irgendwann dran loben müssen, wenn ich meine, ich weiß nicht mehr, wie viel wollte ich haben? 16? Oder waren es 14? Ich weiß es nicht mehr. So, was haben wir jetzt? Die 5 oder die 6 brauchen wir jetzt. Da rennen die hinten alles rum. Ist der andere Bock hier. Komm jetzt. Nischte. Das könnt ihr aber vergessen. Dass ihr hier zu zweit rumrennt und macht was ihr wollt. Zu dritt wird er gesucht. Nini. Das fällt aus. Ich habe es wieder vergessen, welche ich brauche. Die 6. 9. 8. Da bist du. Da ich gerade angekommen. Die 14. Uh, 14 nochmal schön. 11. 13. Ja, die 6. Ja, komm. Die 14 nochmal schön. Dann sind es nämlich 16, die ich brauchte. Dann könnte es sein, dass wir unseren Hauptpockets auch schon demnächst abschaffen müssen. So, die 6 ist hier nochmal Platz drin. Ja. 6. 7 bräuchte ich jetzt. Achte. Ich hätte gerne erstmal die 7. 4. 12. 4. 7. Mitkommen. Okay. 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 7. Ist du die 8 gewesen? Ja. voll Ah, 16, 16. Genau. 16 Stück, aber ich achte, den neuen Hetschützkerne. 2. Ah ja, den neuen mitkommen. 2. Ah ja, den neuen Hetschützkerl. 2. Ah ja, den neuen Hetschützkerl. 9. Wo seid ihr? 6, 14, ich brauche die 10. Die 10 bräuchte ich. 4. Ah, hier. 10. Mitkommen. Regnet mir das eigentlich schon wieser. Schon wieder so lange geworden, dass es wieder angefangen hat mit Regnen. Eieiei, voll. 10. 11 vielleicht hier. In der Nähe. 14. Wie bist du? Zu der 11? Nein. 14. 2. 4. Ja, das ist der 11. 5. 6. 5. 5. 5. 7. 6. 7. 11. 11. Ich denke, es ist mir ein Verstuhl. 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 Allahu hinsichtlich, etwas schlechtes Gerne. Ich denke, es ist mir ein Verstuhl. Ich denke, es ist mir ein Verstuhl. Beide ich einen Verstuhl. 1, 5, 8, 7, 7, 7, 3, 4, ah hier 14. so jetzt mal gucken wer jetzt noch nie haben ja wer noch keinen namen hat name name du bist noch zu jung du bist nur zu jungen 7 13 3 zu jungen 54 irgendwo rennt ja eine ohne namen rum 10 3 wo ist er denn irgendwo rennt ja eine rum die noch keinen namen hat hier bist du ok dann haben wir jetzt was haben wir jetzt 14 15 aber jetzt du bist die 15 eine brauchen wir noch deswegen würde ich schon fast sagen wir können den bock schön mitnehmen weil haben wir noch ein paar kleine rum laufen und eine schwangere haben wir auch noch wir riskieren das ja komm wo ist er denn mein bock da wird es auch wir haben hier eine schwangere auf jeden fall wir haben hier noch drei kleine rum rennen wird wohl irgend ein weibliches rauskommen dabei tut mir leid aber du musst jetzt rein loben ich brauche keine ziegen mehr solange ich kein aus eurem fleisch nicht machen kann ist das halt so das sind ja 40 wir sind ja 40 drinnen Sind schon 40 drinnen. Hier sind ja 40 drinnen. Dürften eigentlich noch keine 40 drinnen sein. Warte, genau 40. Da hat irgendjemand weniger gegeben. Oder mehr, ich weiß es nicht. Weil ich hab niemals zwei. Hier war irgendwo wunderschön zwei hier drinnen. War 2,40er, ist ganz gut, geht genau auf. Sicher, dass du 15 brauchst? Äh, 16? Naja, eine Kuh gibt 5 Liter. Eine Kuh, eine Ziege. Bei 10 sind das 50. 55, 6, 5, 6, 70, 75, 8. Also ich guck mal auf 16 eigentlich. Okay. Und dann ist es ja. So, äh, schon fast voll das Ding. 24, ne? Ja, genau. So. Können wir gleich vorschaffen, weil... Und solange ich nichts draus machen kann, werde ich auch keine Ziegenzucht machen. Was ist das hier? Ziegenfleisch. So, hier musst du hin. Oh, äh. Wozu soll ich die Ziegenzucht machen? Ich hab jetzt meine Milchziegen. Und das reicht. Also hier wird wohl irgendwas weiblich. Werden wir nie alles weggewehren, die jetzt hier noch rauskommen. Aber wir haben ja noch genug Junge rumlaufen. Sind denn 1, 2, sehe ich schon mal. 3. Du? 3 laufen schon draußen rum. Und 1 ist schwanger. Bei 1 habe ich es gesehen. Ich hab jetzt nie auf beide drauf geachtet. Oh, also wir haben... 3, 4. 4 Chancen haben wir. Was weibliches rauszukriegen. Kann man wo hinkriegen? 3, 4. Klein. Bei Klein, sie klein. Dass da 1 war. Was weibliches dabei rauskommt. Gut. Oh Mensch, wir sind ja schon dabei. 40 Minuten. Meine Güte. In Ordnung. Gut. Dann wäre ich das Video erst mal beenden. Ich wäre jetzt so nach... Mal hier bei den Kühen gucken. Und in unserem großen Stall mal gucken. Wie es dort eigentlich aussieht. Und dann sehen wir uns im nächsten Ingame-Tag. Wieder. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü